nicht passieren leider warum hast du denn erst warum hast du dein erstes video gelöscht ich habe nicht nur mein erstes video gelöscht habe extrem viele videos auf privat gestellt einfach weil die müll sind so haben keinen wert mehr ist doch schildmann ich liebe rafaelis willst du irgendwann kinder auf jeden fall ist halt ein sehr sehr starker handheld wenn man es als heimkonsole betrachtet da schaust du fußball nee gar nicht drin im fußball leider würdest du einmal wurdest einmal gemobbt weil du geitano heißt geitano ja also deswegen wurde ich nicht gemobbt aber das hat man natürlich auch als angriffsfläche genutzt welches spiel